Sie sehen gar nicht mal so gut aus. An alle Einheiten findet das Mädchen und geht mir aus dem Weg. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Etwas ist anders. Das ist Banner in ihnen, richtig? Und das ist seine Schuld. Sie konnten Banner nicht loswerden, sich ihm nicht abschließen. Jetzt stecken sie dazwischen. Ein hirnloser, grauer Affe. Vielleicht doch kein Affe. Du bist mir so freundlich, ein so bloteskes Ding wie Sie. Ich habe die Pläne des Archivs gefunden. Ich denke, jetzt bin ich auch zu dir. Hoffentlich ist sie bald bei uns. Ja, spüren Sie es? Diese Energie. Hier war meine Evolution. Schäu! Hier war meine Evolution. Ich bin ein Training. Ich bin ein Training. 나� games. Ich bin ein Training. Der Eiwein. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe die Pläne des Archivs gefunden. Ich denke, jetzt bin ich auch zu dir. Hoffentlich ist sie bald bei uns. Ja, spüren Sie es? Diese Energie. Hier war meine Evolution. Monika ist ein Genie. Ich hatte noch nie so viel Kontrolle. Ja! 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 Ja, ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Klar, ich führe Selbstgespräche. Okay. Zeig mir deine Geheimnisse. Fallen 105. Nach unserem leitenden Wissenschaftler haben wir das Pairi-Liga erfolgreich rückentwickelt. Was? Warten Sie, bitte. Beruhig dich. In einer Minute ist alles vorbei. Verabreichung des Heilmittels. Was meinen Sie damit? Sie tun ihm weh. Bitte. Bitte, bitte, bitte aufhören. Wo bin ich? Ein vielversprechendes Ergebnis. Fall 705 hatte einen bemerkenswerten Heilungsprozess. Und wird die nächsten 24 Stunden beobachtet. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind geheilt. Unmöglich. Wir sollten verschwinden. Es ist nicht sicher. Wenn du willst, mach es dir hier gern ein bisschen gemütlicher. Danke. Ja. Alles gut? Du bist doch sonst nicht so schweigsam. Äh. Ja, alles gut. Okay. Okay. Gut. Also... Ja. Was, wenn es echt ist. Was hast du gesagt? Das Heilmittel. Was, wenn es echt ist? Ich meine... Es sieht echt aus, aber... Was, wenn ich wieder normal sein könnte? Na ja, weißt du... Es, äh... So funktioniert das nicht. Aber du hast es doch gesehen. Es tut bestimmt sehr weh, aber... Vielleicht ist es das ja wert. Kamala... Ich hab nie wirklich dazugehört. Meine Welt... Waren die Superhelden und... Ich dachte, wenn ich diesen... Oh, wenn ich diesen Fanfiction-Wettbewerb gewinne, würde alles irgendwie... Es spielt keine Rolle. Sieh mich doch an. Ich bin ein Freak. Wow, du bist kein... Was du da getan hast... Hey. Was du getan hast, war echt mutig. Es war dumm. Aber trotzdem mutig. Und... Es gibt nicht viele Menschen, die sowas können. Gut ist nicht, was du bist. Wie bitte? Gar nichts. Ähm, danke. Das Zimmer ist echt toll. Okay. Oder wird es sein, wenn's fertig ist. Ja. Es ist... Tob dich aus. Ähm... Gut. Ja, danke. Okay. Ich gehe... Und... Mach irgendwas. Okay. Alles klar. Gut gemacht, Kamala. Das war überhaupt nicht peinlich. Aber jetzt habe ich ein Zimmer auf der Chimera. Passiert das wirklich? Wie ist das noch? Komm spineig? Du wirst auf dem bitte. Vielen Dank.